Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 9. Februar. Heute dabei Tesla Semi, Microsoft Build, Google Chrome, Apple Quellcode, WhatsApp Pay und Mario Kart Tour. Beginnen tun wir mit Tesla. Die haben ja diese Woche wie andere Firmen auch ihre Quartalzahlen bekannt gegeben und danach gibt es immer einen Investoren-Call mit Q&A, wo die Firmen etwas für die Zukunft sagen, ein bisschen Background geben zu den Zahlen und das hat auch Tesla bzw. Elon Musk getan und dabei hat er verkündet, dass er davon ausgeht, dass Tesla ab 2023 pro Jahr mindestens 100.000 Tesla Semi verkaufen will. Tesla Semi, das ist der Elektro-Lkw von Tesla, der ab 2019 gebaut werden soll, wo man aber auch noch nicht weiß, wie und wo. Und ja, ob die dann wirklich 2023 dieses Ziel erreichen werden, womit sie auch gleichzeitig auf Einschlag der größte Lkw-Hersteller der Welt wären, das kann man glauben oder auch bezweifeln. Derzeit hat Tesla ja genug Probleme mit dem Model 3. Was wir jetzt auch noch als kleines Problem haben, ist ein Datumskonflikt zwischen den großen Entwicklerkonferenzen von Microsoft und Google. Die Microsoft Build hat jetzt ihr Datum bekannt gegeben, wann sie stattfindet und zwar vom 7. bis 9. Mai, logischerweise in Seattle wie immer. Und die Google.io, die war schon bekannt, die findet vom 8. bis 10. Mai statt in Mountain View. Also auf jeden Fall eine Überschneidung. Keine schöne Sache für Entwickler, für die ist das eh ein voller Monat, denn Anfang Mai ist in San Jose auch die Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Und wenn wir gerade schon von Google geredet haben, nochmal Google und ein Datum, und zwar der Juli 2018. Den sollte man sich markieren, denn ab da warnt der Google Chrome vor Seiten, die nicht verschlüsselt sind. Das tut er jetzt auch schon, aber nicht so deutlich. Ab Juli wird dann wirklich reingeschrieben, nicht sicher. Und Leute, die auf Seiten draufbrowsen, die als nicht sicher markiert sind, könnten eventuell auch verschreckt sein. Und zumindest auch im Shopping vielleicht auch keinen Kauf tätigen. Also von daher die große Empfehlung, wenn ihr Webmaster seid, stellt die Seiten auf HTTPS um und beugt schon mal etwas vor. Ja, jetzt zu einem Thema, was eher nicht so schön ist, denn bei Apple, dort ist der iOS-Quellcode geleakt. Nicht der aktuellste, sondern nur, in Anführungsstrichen, der Code von iOS 9. Aber trotz allem, ich meine, so ein Quellcode sollte nicht unbedingt leaken. Und ja, das ist jetzt leider passiert. Apple hat mittlerweile auch schon durchaus reagiert, zurückgerudert, hat gesagt, ja, der Code, der ist veraltet und der ist für die Sicherheit erstmal nicht relevant und versucht damit, den Leuten die Angst zu nehmen. Aber gleichzeitig bestätigen sie damit ja auch, dass der Code valid ist. Und jetzt müssen sie erstmal gucken, wie der wirklich da rausgegangen ist und wer für das Loch in der Firma zuständig ist. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es dazu mehr gibt, denn es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Viele von euch nutzen ja auch iOS auf ihrem iPhone oder iPad. Was wir auch schon mal im Geek Talk Daily hatten, das war WhatsApp Pay. Das ist ein Bezahlsystem von WhatsApp, womit es ermöglicht wird, von WhatsApp zu WhatsApp-Nutzern Geld zu verschicken. Also Peer-to-Peer. Das sollte in Indien getestet werden und das wird jetzt auch in Indien getestet und mittlerweile schon sehr intensiv. Und deswegen sind auch die ersten Screenshots aufgetaucht. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert, welche Banken mitmachen in Indien. Und die Basis dafür ist das Unified Payment Interface, UPI, was in Indien wohl auch sehr groß ist und genutzt wird. Und darauf setzt das auf. In Europa ist das eher nicht großartig im Einsatz. Von daher ist es auch schon von der Technologie her gesehen fraglich, ob WhatsApp Pay nach Europa kommen wird und wenn, dann auch wann. Was auf jeden Fall in Europa da sein wird, das ist Mario Kart Tour. Das ist das neue Mobile Game von Nintendo für iOS und Android. Logischerweise Mario Kart Tour. Könnt ihr euch vorstellen, worum es geht. Mario Kart einfach auf dem Smartphone. Und da hat jetzt der CEO des Entwicklerstudios DNA bekannt gegeben, dass das Spiel zum Anfang free to start sein soll. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, was das bedeutet. Ist das dann wirklich hier komplett frei? Muss ich noch was kaufen? Freischalten? Ja, also free to play wird es auf keinen Fall sein. Aber auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Wenn es mehr Infos gibt, erfahrt ihr die hier bei uns im Daily. Ja, und das war es für mich auch schon für diese Woche. Es ist Freitag. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten letzten Tag. Egal, ob ihr Arbeit oder Schule habt. Ab morgen ist Wochenende. Genießt das für die aus dem Rheinland. Jetzt ist auch noch Karneval. Und ja, Karneval ist für mich jetzt auch nicht unbedingt großartig relevant. Aber für ein paar Leute ist es auf jeden Fall die fünfte Jahreszeit. Von daher habt ihr Spaß, wenn ihr Karneval feiert. Wenn nicht, habt ihr trotzdem auch Spaß. Und ab Montag wird der Martin wieder euch mit den News täglich versorgen. Und ich melde mich dann in einer Woche danach wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.